Macht er gut. Herrlicher Pass von Ibrahimovic. Er kommt an den Ball per Hechtschwung. Klasse gemacht. Da hat er gar nichts anbrennen lassen. Und das macht ihn als Keeper so stark, dass er solche Szenen liest. Manolas. Kann er was draus machen? Alain hat den Ball. Gomes. Der Abwehrspieler wirft sich in den Schuss. Die Chance. Gute Gelegenheit, aber kein Tor. Buschi ist Paolo Dybala heute der wichtigste Mann. Ja. Mit seinen Schüssen, seinen Pässen, seiner Übersicht kann er diese Partie auf die... Gomes. Alisson hält. Bald ist er noch im Spiel. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Die Fahne geht hoch. Abgefiffen. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Geier. Jetzt vielleicht der Vorstoß auf außen. Sie verlieren den Ball. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Der Ballverlust. Die Chance auf den Konter. Konterchance sah vielversprechend aus, aber da fehlte so die letzte Entschlossenheit. Ballverlust. Thiago Silva am Ball. Dybala. Zlatan Ibrahimovic. Jetzt die Chance. Super Einsatz vom Torhüter. Bitter, bitter, bitter. Ein Eigentor. So hat er sich das ganz sicher nicht vorgestellt. Der Ball landet im eigenen Tor. Überraschert sch donít noch. Zlatan Ibrahimovic. Listen. Vielen Dank.